Moin Leute, herzlich willkommen zum ersten Spieltag und zur ersten Prognose der neuen Saison. Es wird am ersten Spieltag etwas anders laufen als in Zukunft. Es gibt jetzt nur alle Spiele, alle Tore, keine Konferenzen oder Einzelspiele, weil ich einfach aus zeitlichen Gründen das nicht anders hinbekomme. Ich bin die komplette Woche weg und dementsprechend kann es sogar sein, dass wenn bei Dortmund sich jetzt jemand morgen im Pokal verletzt, dass der jetzt in der Prognose spielt. Aber sowas kann ja immer passieren und bedenkt, ich bin kein ausgebildeter Kommentator. Trotzdem jetzt viel Spaß, tippt mit in den Kommentaren. Los geht's mit Bayern gegen Hoffe. Das Auftaktspiel in die neue Saison bringt dann wohl die erste wirkliche Klarheit. 5-0 gegen Frankfurt im Supercup war schon mal stark und dann das 1-0 gegen Dochtersen Assel. Davon wollte sich die Elf von Kovac aber nicht beeindrucken lassen. Nach drei Minuten Thiago mit der ersten Möglichkeit hätte schon direkt der Treffer sein können für den deutschen Rekordmeister. Hoffenheim bemerkte dann auch mal, dass man nach vorne spielen kann. Grifo mit der Flanke und Leonardo Bittencourt testet Neuer, der ist in der kurzen Ecke da und letztendlich ist die Sache dann auch geklärt. Bayern war stärker im zweiten Durchgang, setzen sie das dann auch noch etwas mehr aufs Feld. Ribery kann nicht angegriffen werden von Nico Schulz und da steht dann Thomas Müller und macht das 1-0. 53. Spielminute der FC Bayern München macht da weiter, wo er in der letzten Saison aufgehört hat. Wobei, sie haben in dem 1 zu 4 gegen Stuttgart aufgehört, dass er jetzt hier deutlich besser aus. Doch Hoffenheim spielte auch mal wieder nach vorne. 62 Minuten gespielt, Zubar musste sich noch annähern. Hier ist er wieder, Steven Zubar wird nicht wirklich angegangen. Und Kade Rabeck, der Außenverteidiger, hämmert den Ball rein. 65. Spielminute, Klasse Treffer, nicht zu halten für Neuer. Doch der FC Bayern München antwortete postwendend. Arjen Robben, Arjen Robben mit rechts, mit rechts. 71. Spielminute, unglaublich, den hämmert er da wirklich rein. Und das 2 zu 1, die perfekte Ausgangslage. Doch noch einmal Hoffenheim, Nachspielzeit, war schon gerade abgelaufen. Und die Möglichkeit, Scholloi, testet nochmal Neuer und dann war es vorbei. Bayern gewinnt zum Auftakt der Saison mit 2 zu 1 gegen einen, jawohl, Verfolger der Bayern. Die haben sich gut geschlagen, die Hoffenheimer, aber letztendlich geht es mit 0 Punkten nach Hause. Traditionsduell in der Hauptstadt. Der 1. FC Nürnberg war am 1. Spieltag zu Gast bei der Hertha aus Berlin. Das Olympiastadion war extrem gut besucht und nach 10 Minuten konnte Nürnberg das 1. Mal gefährlich nach vorne kommen. Srelak 1. Mal von Jarstein gehindert am guten Flankenball. Dann Behrens macht es nochmal scharf. Ischak wieder Jarstein. Srelak und dann war er drin. 11. Spielminute, André Petrak mit dem 0 zu 1. Klasse Abnahme. Keine Chance für Jarstein, der zweimal geklärt hatte. Die Abwehr war relativ aufgeschmissen. Die Berliner konnten dann aber auch nach vorne spielen. Machten auf sich aufmerksam. Erstmal die gute Parade. Aber dann Lazaro am 2. Pfosten. 29. Spielminute. Auch hier war der Ausgleich geschafft. 29. Spielminute. Wie gesagt, keine halbe Stunde gespielt. Gute Partie von beiden Mannschaften. Und vor der Pause nochmal die Möglichkeit für den Klub, die wirklich ein super Auswärtsspiel hier hinlegten. Die Elf von Michael Kölner war in sehr guter Verfassung. Fuchs ist das hier, der ganz knapp am 1 zu 2 scheiterte. Keine Chance ansonsten für Jarstein. Stunde gespielt. Berlin auch wieder auf dem Weg nach vorne. Und zack, Ball drin. Arnemeier, der Youngster der Berliner in der 62. Macht da hier den Führungstreffer. Das erste Mal also in der Saison gehen die Berliner von Pal Dardai in Führung. Knapp 20 Minuten noch auf der Uhr. Edgar Sully völlig frei am 2. Pfosten. Scheitert erst an Jarstein. Aber setzt am besten nach. Sein erstes Saisontor. Super gemacht. Auch hier in der Situation gut nachgesetzt. Und Jarstein mal wieder alleine gelassen. Und es kam noch besser. Das ist Mühl auf Ischak und Edgar Sully mit diesem Traumtor oben rechts rein. Keine Chance. Mal wieder für Jarstein. 82. Minute. Wahnsinn. Der 1. FC Nürnberg drehte doch nochmal diese Partie. Aber das wollte die Hertha nicht auf sich sitzen lassen. Lazaro stark scheitert aber an Bredlo. Und so ging diese Partie im Endeffekt mit 2 zu 3 zu Ende. Es war ein Spektakel. Eine super Partie, die im Endeffekt eigentlich kein Verlierer verdient gehabt hätte. Aber mit 3 Gegentoren auf dem eigenen Platz ist Hertha auch nicht der unverdiente Verlierer. Sowohl Bremen als auch Hannover 96 spielten einen überragenden ersten Ball im DFB-Pokal. Die Pflichtspiel-Siege wurden also eingefahren. Jeweils die erste Nummer bei beiden Mannschaften. Hier legte Bremen gut los und die erste Chance für Esser sich auszuzeichnen. Konnte sich ja im Duell gegen Philipp Czauner durchsetzen. Kruse mit dem ersten Versuch. Tolle Parade. Wie gesagt vom Schlussmann der Hannoveraner. Aber 10 Minuten vor der Pause wieder Max Kruse. Und diesmal war da nichts mehr zu machen. Überragender Ball. Klasse Schuss. Max Kruse mit seinem ersten Saisontor. Aber klare Nummer 1 vorne in der Spitze ist eben mit seiner Qualität unglaublich wichtig. Aber Hannover konnte im zweiten Durchgang zulegen. Und dann ist es Asano der es mal versucht. Gebre Selassie. Pardon ist noch dazwischen. Aber noch zu ungefährlich. Wood macht ihn dann aber nur wenig später scharf für Ilas Bebu. Und in der 70. Minute stand es 1 zu 1. Das war jetzt im zweiten Durchgang nicht komplett unverdient. Im Großen und Ganzen war aber Werder die bessere Mannschaft. Und das setzte sich bis zum Spielende durch. Asano mit dem Fehler. Moisander dazwischen. Max Kruse macht es noch einmal. Sagenhaft. 89. Spielminute. Auch nicht mehr der Jüngste. Aber wie er den Ball oben rechts reinhämmert mit seinem rechten Fuß. Der vermeintlich Schwache ist einfach überragend. Werder Bremen gewinnt im Endeffekt. Verdient mit 2 zu 1 zum Saisonauftakt gegen Hannover. Logischerweise wollte die Eintracht aus Frankfurt nichts mehr hören vom DFB-Pokal. Und dementsprechend konnten sie sich hier gegen Freiburg gleich mal beweisen. Samstag 15.30 Uhr. Besser geht es eigentlich nicht. Und die Frankfurter Gäste legten hier gar nicht verkehrt los. Toro mit der schönen Vorlage. Sebastian Haller scheitert aber noch am überragenden Schwolo. Besser in der Partie war dann Frankfurt nach wie vor. Bis nach einer halben Stunde von Freiburg nach vorne. Nicht zu sehen. Wieder Schwolo, der eingreifen muss. Toller Schuss von Danny Da Costa. Der rechte Verteidiger mit nach vorne gekommen. Aber auch gute Parade. Vor der Pause dann endlich mal Freiburg. Haberer überragender Ball. Und Waldschmidt der Neuzugang aus dem Hohen Norden. Hier scheitert er an Rönne. Und im zweiten Durchgang zog sich das Ganze erstmal weiter fort. Frankfurt die bessere, die spielbestimmende Mannschaft. Und Schwolo immer wieder mit tollen Taten. Im Großen und Ganzen war es keine überragende Partie. Aber Frankfurt war im spielbestimmenden Modus. Eine Viertelstunde vor Schluss kam dann aber wieder mal Freiburg. Mit diesem Nadelstich. Da wird der Ball gerade so aufs Dach gesetzt. Ganz knappe Aktion. Das hätte es mit etwas Glück auch sein können. Zum Ende hin wurde die Elf von Christian Streich nochmal besser. Gondorf mit der Übersicht. Petersen super Ball. Und dann auf der Linie ist es Salcedo, der das 1 zu 0 verhindert. Wäre auch unverdient gewesen. Und so geht diese Partie letztendlich auch nicht ganz unverdient mit Torlos 0 zu 0 zu Ende. Eine spannende Bundesliga-Partie sieht aber noch anders aus. Bloß nicht wieder so eine solchen Saison wie letztes Jahr. Denkt sich Bruno Labbadia und der VfL Wolfsburg mit dem FC Schalke 04 kamen aber eine ambitionierte Mannschaft ins Volkswagen-Stadion. Und die Gelsenkirchener hatten hier die bessere Anfangsphase. Das ist Baba. Wird nicht angegriffen. Haut dann mal rauf. Eigentlich Linksfuß, aber kein Problem für Castils in dieser Aktion. Halbe Stunde gespielt. Weiterhin Königsblau im Vorwärtsgang. McKennie legt super rüber. Und Guido Burgstaller muss hier das Ding eigentlich machen. Mit seiner Qualität ist er dazu in der Lage. Der VfL Wolfsburg tastete sich langsam mal ran nach vorn. Und dann kam dieser Hammer von Maxi Arnold. 36. Spiel, Minute 1 zu 0 für Wolfsburg. Das war absolut unverdient. Aber da fragte er im Endeffekt auch keiner nach. Und im zweiten Durchgang wollten sie dann nachlegen. Ginczek, genialer Ball, hatte er im Pokal getroffen. Steffen legt nochmal rüber. Und Giawogi testet Ralf Fehrmann fast das 2 zu 0. Und fast damit die Vorentscheidung. Fragezeichen, aber Makulatur. Der Ball war ja sowieso nicht drin. Stunde jetzt gespielt. Schalke wurde wieder stärker. Die Elf von Tedesco wollte eine Antwort zeigen. Und zeigten sie auch. 62. Minute. Amine Harit verzieht aber noch etwas. Sie wurden stärker, die Gäste. Und wollten sich letztendlich auch belohnen. Und kam eine knappe Viertelstunde vor dem Ende nochmal. Burgstahler Kopfball von Weston McKennie. Was für ein stahlharter Ball er da mit dem Köpfchen reinmachen kann. Unten links für Castils nicht zu halten. Die Schalker kämpfen sich den hochverdienten Punkt. Im Endeffekt wäre vielleicht sogar noch etwas mehr drin gewesen. Die Fortuna aus Düsseldorf ist endlich wieder in der ersten Bundesliga angelangt. Der FC Augsburg konnte sich da jetzt in den letzten Jahren immer wieder gut festigen. Und immer wieder retten. Und sie starteten hier gut in die Partie. G ist das Dongwon. G ausgeliehen gewesen. Und dann zurückgekehrt. Toller Ball hier auf Richter. Das hätte es nach 12 Minuten eigentlich schon sein können. Vielleicht sogar sein müssen. Hat dann auch etwas mehr Zeit. Wolf liegt schön. Muss aber nicht eingreifen. Halbe Stunde gespielt. Nach wie vor die Gäste besser. Khedira ist das. Rani Khedira legt den Ball nochmal rüber. Und Wolf kann sich jetzt endlich mal auszeichnen. Tolle Parade. Ist schnell unten. Wieder gegen Rensing durchgesetzt. Im Torhüter-Duell. Wird hier vom österreichischen zentralen Stürmer nicht überrascht. Im zweiten Durchgang Düsseldorf stärker. Endlich mal nach vorne unterwegs. Hennings und dann dieses Traumtor von Benito Rahmann. 53. Spielminute. Heute das erste Saisontor logischerweise im ersten Bundesligaspiel. Klasse Treffer. Aber das wollte Augsburg nicht lange auf sich sitzen lassen. Richter legt vor. Und der Ausgleich von Daniel Bayer. Routiné. 68. Spielminute. Macht er den postwendenden Ausgleich. Wolf wird getunnelt. Muss er vielleicht noch ein bisschen was lernen. Hat aber für Bremen ja schon in der Bundesliga gespielt. Und eine Viertelstunde vor dem Schluss kam nochmal die Möglichkeit für Düsseldorf wieder auf Führung zu stellen. Aber das gelang nicht. Lute scheinbar ein würdiger Vertreter im ersten Blick zumindest von Marvin Hitz. Und so trennen sich beide Teams letztendlich nicht ganz unzufrieden und nicht unverdient mit 1 zu 1. Das Spitzenspiel des ersten Spieltages lautete Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Zumindest lag es am Samstagabend um 18.30 Uhr im Borussia Park für uns bereit. Nach drei Minuten schon die erste Möglichkeit. Und was für eine Herrmann ist das. Dass der Oeskern den Radetzky-Vertreter hier mal testet. Das hätte es sein müssen. Eigentlich schon. Aber Leverkusen wachte letztendlich auch mal auf. 22 Minuten gespielt. Schöner Schuss von Kevin Volland. Trifft aber nur das Aluminium. Leverkusen wurde stärker und erarbeitete sich mehr und mehr Spielanteile. Und das zahlte sich aus. Kurz vor der Pause ist das Kai Havertz. Die Möglichkeit für Lars Bender mit nach vorne gekommen. 43. Spielminute. Wurde auch immer wieder offensiver. Hält den Fuß rein. Sommer ist noch dran. Aber kann es nicht verhindern. Im zweiten Abschnitt Gladbach wieder spielbestimmender Player. Neuzugang. Versucht es da mal der Abschluss aber noch deutlich zu haben. Nach 48 Minuten hätte aber Gladbach das 1 zu 1 schon verdient gehabt. Aber nur wenig später die nächste Möglichkeit. Herrmann legt auf auf Raphael. Und der Routiné zeigt es wie es geht. Brachte den Borussia Park zum Ausrasten. Nach zehn Minuten im zweiten Durchgang. War also wieder alles offen. Es dauerte dann aber bis zur nächsten Möglichkeit. Ein ganzes Stück Alario. Und Jan Sommer mit einer überragenden Reaktion. Muss Alario natürlich reinmachen. Klare Sache. Aber auch klasse reagiert. Es gab auch nochmal die Möglichkeit für Gladbach und der Treffer. Aber die Abseitsfahne ging hoch. Und letztendlich ein verdientes 1 zu 1 mit dem beide Teams in diesem Spitzenspiel leben können. Korrekt gesehen vom außenstehenden Linienrichter. 1 zu 1. Also im Topspiel. Der VfB Stuttgart musste einige Male tief schlucken nach dem Ausscheiden gegen Hansa Rostock. Aber im Ostseestadion sind schon einige verrückte Dinge passiert. Dementsprechend konnte das DL von Taifung Korkut auch verkraften. Aber die Mainzer machten hier gut Stimmung. Gegen Aue in Unterzahl. Relativ souverän weitergekommen. Und auch er war da ein spielbestimmender Teil. Alexandru Maxim, Ex-Stuttgarter, hämmert den Ball hier rein. 1 zu 0 für Mainz. Die Stuttgarter wollten schnell antworten. González mit der Flanke auf dem zweiten Pfosten. Steht die Davi relativ blank. Wird da nicht richtig angegangen von Baku. Aber nur das Außennetz zählt eben nicht als Treffer. Dann eine Unsicherheit an der Verteidigung. Mainz kriegt den Ball nicht raus. Die Davi bekommt ihn nochmal. Legt ihn clever nach innen. Castro aber Bellis dazwischen. Und verhindert Schlimmeres. Der VfB Stuttgart bemühte sich. Aber zu Recht, was nach vorne gehen sollte, irgendwie nicht. Dann konnte Mainz durch mehrere Platzmöglichkeiten, durch mehr Platzvielfalt, weil die Stuttgarter immer wieder ausdrückten, auch die Möglichkeiten herausspielen. Baku, 83. Minute. Nochmal der Test an Ron-Robert Sieder. Es sah alles nach einem 1 zu 0 aus. Stuttgart immer weiter nach vorne unterwegs. Es gab dann letztendlich nochmal Elfmeter für Mainz. Maffeo hat Glück, dass er hier nicht rot sieht. Letzter Mann aber. Pablo de Blases war es egal. Hämmerte den Ball zur Entscheidung rein. 93. 2 zu 0 gewinnt der erste FSV Mainz 05 zum Auftakt in die Saison 2018-2019. Stuttgart muss nochmal tiefer schlucken nach dem verpatzten DFB-Pokalspiel. Jetzt auch mit der Pleite am ersten Spieltag gegen starke Mainzer. Leipzig hat es immer nicht leicht zum Auftakt in die Bundesliga-Saison. Zuletzt ging es in der Saison 2017-2018 beim FC Schalke 04 ran, jetzt beim Nachbarn aus Dortmund. Und die hatten richtig Bock auf diese Bundesliga-Saison. Und Marco Reus konnte sich nach sechs Minuten bereits belohnen. Erstes Saisontor nach sechs Minuten. Besser kann es eigentlich nicht losgehen. Und wenn der mal verletzungsfrei bleibt, dann kann er eine überragende Runde spielen. Ansonsten passierte nicht so viel im ersten Durchgang. Kurz vor der Pause gab es für die Laney die Möglichkeit zum 2 zu 0. Wurde aber nichts. Die zweite Halbzeit wurde dann stärker. Diego Demme nach fünf Minuten. Im zweiten Durchgang versucht es hier. Rutscht der Ball aber etwas über den Fuß. Und Dortmund war eiskalt vorm Kasten. Da Hut auf. Pulisic. 2 zu 0, 65. Minute. Nicht unbedingt verdient, aber eiskalt. Die Elf von Lucien Favre. Das war durchaus ansehnlich. Nach vorne das Spiel. Hinten offenbarten sie aber noch einige Lücken. Augustin, Bürki und Paulsen machte es ganz nochmal scharf. 74. Spielminute. Aber es blieb dabei. Da konnten sie nochmal jubeln. Aber sie schafften das 2 zu 2 nicht mehr. Dortmund gewinnt. Im Endeffekt absolut verdient mit 2 zu 1. Weil sie die abgezocktere Mannschaft waren. Jo, das war die Prognose zum ersten Spieltag. Wie gesagt, alles etwas kürzer, kompakter, weil ich eben extrem wenig Zeit habe. Es ist gerade Sonntagabend und ich muss 2. und 3. Liga auch noch machen. Aber naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen und ein Abo auf jeden Fall freuen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Bedenkt, das ist lediglich eine Prognose. Aber naja, das wisst ihr auch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020